So, servus auf der O-Banker-Bank in Oberneiching. Servus, dir schnell vorstellen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst. Servus, ich bin der Christian, ich bin 18 Jahre alt und lerne Heizungsbauer. Und ja, meine Hobbys sind eigentlich fortgegeben, nebenbei auf Arbeiten, weil wir auch nicht fortgekommen und eine Gaudi haben. Fangen wir um das Ganze aufzulockern, fangst du mal an, was hast du denn Lieblingswitz? Roll deine Kugel um die Ecken und fällt nicht um. Ha! Sparmwitz. Aber erzeugt. Erzeugt. Hättest Haxen, der kommt flach. Arsch oder Tütten, was ist wichtiger? Nein, Haufen Holz vor der Hütte ist nie verkehrt. Aber hintergröße Garage ist auch nicht schlecht. Du musstest entscheiden. Ich liebe große Garage, wie Haufen Holz vor der Hütte. Was ist das Verrückte, was du eh in deinem Leben gemacht hast? Verrückt. Was weiß ich? Chef ist ja eh niedergeschmust. Ah, viel Teufel. Da hast du mich auch grausen. Da ich schon besucher vom Arbeitsort, der in der Früh gesehen bin. Dann sehen wir uns bei der Steigerung, Rudra. Wahrscheinlich. Und was war dir jetzt wichtiger? Hintergröße Garage. Hintergröße Garage. Dann hoffe ich, dass die Leute mit der großen Garage steigern. Das ist auf vierte Mal. Also bis dann. Servus. Bis dann. Bis dann. Bis dann.